Vegetatives System Als vegetatives System bezeichnet man das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem, VNS genannt, wird auch bezeichnet als autonomes Nervensystem, ANS, auf Englisch auch Autonomic Nervous System genannt und daher auch ANS abgekürzt. Das vegetative System bildet zusammen mit dem somatischen Nervensystem das sogenannte periphere und zentrale Nervensystem. Das somatische Nervensystem ist das sogenannte willkürliche Nervensystem. Es wird auch genannt als das cerebrospinale Nervensystem oder eben auch das willkürliche Nervensystem. Das vegetative Nervensystem wird so genannt, weil es etwas gemeinsam hat mit dem pflanzlichen Nervensystem beziehungsweise weil es unwillkürlich funktioniert. Somatisches Nervensystem, das animalische Nervensystem, ermöglicht eine willkürliche und bewusste Reaktionsweise. Man nimmt an, dass Pflanzen nicht willkürlich und bewusst reagieren und so wird der Teil des Nervensystems, der zunächst einmal nicht einer direkten willklichen Steuerung zugänglich ist, eben als vegetatives Nervensystem bezeichnet oder vegetatives System, das also nicht direkt dem Willen zugänglich ist. Zum vegetativen Nervensystem gehört insbesondere das sympathische Nervensystem, auch Sympathikus genannt, das parasympathische Nervensystem, auch Parasympathikus genannt und das sogenannte enterische Nervensystem. Das enterische Nervensystem wird abgekürzt ENS, das ist das Nervensystem des Magendarmtraktes und das enterische Nervensystem ist ein vollständig selbstständiges Regelsystem. Es wird allerdings auch wiederum beeinflusst durch Signale vom Sympathikus und Parasympathikus. Funktionen des vegetativen Systems Das vegetative System dient der Aufrechterhaltung des sogenannten inneren Gleichgewichts, Homöostase, und dafür kontrolliert und steuert das vegetative System die verschiedenen Funktionen, die sogenannten Vitalfunktionen, wie zum Beispiel Herzschlag, Atmung, Verdauung und Stoffwechsel. Es gibt auch weitere Organsysteme und Organe, die vom vegetativen Nervensystem innerviert werden. Dazu gehören zum Beispiel die inneren Augenmuskeln für die Pupillenreaktion, dazu gehört das Blutgefäßsystem für den Blutdruck, es gibt die sogenannten Exokrinen- und Endokrinen-Drüsen und die Sexualorgane. Vegetatives Nervensystem kann aktivieren, das ist der sogenannte Sympathikus, der aber auch gleichzeitig die Verdauung herunterfährt, und das vegetative System kann beruhigen und runterfahren, und das ist mehr die Aufgabe des Parasympathikus, der allerdings auch für eine gute Verdauung sorgt, zusammen mit dem enterischen Nervensystem. Sympathikus und Parasympathikus arbeiten also größtenteils antagonistisch, zum Teil aber auch synergistisch. Beeinflussung des vegetativen Systems Zwar heißt es, dass das vegetative System unwillkürlich ist und dadurch nicht beeinflusst werden kann, aber natürlich kann man das vegetative System auch beeinflussen. Man kann das vegetative System insbesondere indirekt beeinflussen. Man kann zum Beispiel Sport üben und das aktiviert den Sympathikus. Wenn du also deinen Sympathikus aktivieren willst, dann kannst du letztlich sportliche Tätigkeit ausführen. Wenn du dagegen den Sympathikus runterführen willst und den Parasympathikus erhöhen willst, dann kannst du zum Beispiel durch Biofeedback und durch autogenes Training, Tiefenentspannung und so weiter dies tun. Des Weiteren kannst du durch hypnotische und mentale Techniken auch das vegetative System beeinflussen. Du kannst auch durch Vorstellungen von körperlicher Aktivität und Inaktivität und auch durch Vorstellungen von Gefühlen das vegetative System beeinflussen. Wenn also zum Beispiel verschiedene Erkrankungen zusammenhängen mit verschiedenen vegetativen Systemaktivierungen oder Passivierungen, kannst du diese sehr wohl beeinflussen. Und viele Probleme sind eben auch eine fehlgeleitete Homöostase, fehlgeleitete Rückkopplungsschleifen auch im vegetativen System. Und da kann es hilfreich sein, eben auch über Hypnose und über letztlich auch Tiefenentspannung und durch mentales Training auf das vegetative System Einfluss zu nehmen. Yoga-Lehrende oder Yoga-Meister und vegetative System Manche Yoga-Meister und Meisterinnen, insbesondere auf dem Gebiet des Hatha-Yoga, haben eine besondere Fähigkeit, das vegetative System zu beeinflussen. Ich selbst kannte einen Yoga-Meister namens Swami Vishnu Devananda, der konnte willkürlich seinen Blutdruck erhöhen und senken, er konnte seinen Puls erhöhen und senken, er konnte auch beliebige Hirnwellen erzeugen. Als ich einmal an einem ganzen Sommer in dem Ashram dieses Yoga-Meisters war, waren dort gerade zwei Wissenschaftler der Universität Prag und die hatten sich mehrere Thesen zusammen überlegt und hatten sie auch den ganzen Sommer irgendwo überprüft, zu welchen Effekten Meditation in Bezug auf Blutdruck und auch Hirnwellen führen würde. Und der Swami Vishnu hatte sich dann einen großen Spaß gemacht, in der Meditation mal die Hirnwellen in Alpha-Zustand, in Beta, in Theta-Zustand zu verändern oder auch in Delta-Zustand Blutdruck zu erhöhen und zu senken, Puls zu steigern und zu senken. Und nachher waren die Wissenschaftler erst mal verwirrt und nachher mussten sie auch lachen. Denn, dass ein Yogameister eine solche Fähigkeit hat, im Sitzen das gesamte vegetative System dermaßen zu steuern, das hatten sie so noch nicht erlebt.